hallo freunde heute schauen wir uns eine ganz kurze und knappe thematik an nämlich unser gegner hat noch einen läufer und wir haben keinen läufer mehr und jetzt wollen wir überlegen wohin stellen wir unsere bauern auf die felderfarbe des gegnerischen läufers oder auf die entgegensetzte und hier könnt ihr mal kurz anhalten überlegen wie ihr das machen willet das in die kommentare schreiben denn ihr wisst ja kommentieren ist das neue abonnieren einfach fleißig schreiben was ihr gemacht hättet und dann schauen wir uns zwei beispiele an wie es mit einer faustregel wie es vielleicht richtig geht also in dem sinne los geht's dabei orientieren wir uns dann an einer regel die capa blanca selber aufgestellt hat die natürlich im laufe der zeit ein bisschen modernisiert und angepasst wurde aber so grundsätzlich kann man sich als faustregel daran orientieren nämlich wenn der gegner einen läufer hat und wir nicht dann stellen wir unsere bauern auf die farbe des gegnerischen läufers und wir haben da mal ich hab da mal zwei beispiele vorbereitet das erste ist von capa blanca selber hier sehen wir mal wir haben mit schwarz etwas weniger raum der gegner hat einen läufer und wir nicht und jetzt gilt es darum diesen läufer auf b2 einzuschränken und das geht am besten indem wir die bauern auf die farbe des laufer stellen würden wir die hier auf g6 als beispiel stellen ja würde der laufer halt immer länger sein und im zweifelsfalle so durch f4 den springer mal vertreiben und dann würde dieser laufer vielleicht mal so richtig richtig wirken hier bis bis zum und das das wollen wir vermeiden und spielen deswegen f7 f6 und damit ist dieser laufer schon mal ein bisschen abgeblockt okay wir folgen hier einfach mal der partie und ohne jetzt jeden zug auf die goldwaage legen zu wollen von weiß und von schwarz aber achtet mal darauf wie schwarz seine bauern postiert zunächst einmal normale züge weiß versucht hier mit g4 um seinen doppelbauern vielleicht mal irgendwie aufzulösen irgendwann das hat natürlich auch den nachteil dass er jetzt nicht mehr so gut f4 spielen kann weil dann der g4 hängt und deswegen zack der nächste bauer auf schwarz damit wird auch das hier verhindert turm e2 der springer geht zurück beide seiten verdoppeln sich hier auf der auf der e linie gleich aber weiß droht jetzt vielleicht mal mit b4 so ein bisschen raum gewinnen am damenflügel zack kommt der nächste bauer auf sich man muss sich daran gewöhnen vielleicht ja wenn man gar nicht gewohnt ist dass man denkt ja immer der läufer kann jetzt hier alle bauern angreifen natürlich sollten die geleckt sein ist ja klar aber dadurch ist eben auch der läufer eingeschränkt er kommt nicht so richtig vorwärts und ja auch zunächst natürlich decken aber der nächste bauer auf schwarz und wir sehen jetzt haben wir alle bauern auf den schwarzen feldern können hier dann verdoppeln oder irgendwas machen hin und her ziehen und jetzt sehen wir weiß hat überhaupt keinerlei durchbrüche und keine hebel er hat nichts e4 ist jetzt nie möglich weil der bei der e4 dann in fahrgerät und der könig kann nirgendwo durch im damenflügel gibt keine durchbrüche ja immer wenn wenn wei jetzt hier mit turm b1 und b4 was versucht ja dann wird er raus genommen dann bleibt der a4 als eigene schwäche über also hier ist überhaupt nichts zu machen und dann haben beide seiten hin und her gezogen und dann sich hier in dieser stellung auf premier geeinigt also das war schon mal ein erstes indiz dafür von capa blanca selber wie stellen die bauern auf die farbe des gegnerischen läufers dann haben wir noch ein zweites beispiel und zwar schauen wir mal hier das ist jetzt nicht von von capa blanca deswegen muss ich den namen mal eben gar nicht live hier alles so wir haben hier eine eine stellung die naja der profi wird erkennen aus dem volker gambit entstanden ist ja a und b linie sind komplett offen die bauernstruktur mit diesem c5 d6 e7 mit dem vielen kettierten läufer ja das sieht schon nach volker gambit aus was hat das jetzt aber mit unserer thematik zu tun nun weiß er könnte ja jetzt hier auf e7 zum beispiel oder er droht hier auf e7 zu schlagen und wenn wir jetzt mit so einem zug nur laut unserer regel mit f7 f6 diesen diesen läufer angreifen dann versperren wir unseren läufer außerdem und jetzt noch mal wiederholung achtung diese regel gilt ja nur wenn der gegner einen läufer hat und wir nicht wir haben aber noch ein locker aber und hier gibt es einen schönen alten indian trick und der ist super schwer zu verstehen und den haben auch nur zwei von 47 leuten gespielt in der datenbank hier nämlich das schwarz am zug hier seinen läufer seinen schönen vielen kettoläufer abgibt das macht man extrem ungerne nur um diesen bauern zu gewinnen dann fällt der e7 das geht überhaupt nicht aber jetzt haben wir die situation dass wir keinen läufer mehr haben der gegner hat aber noch einen läufer und jetzt stellen wir die bauern auf schwarz der springer verhindert läufer h6 wenn der läufer weg zieht ja okay dann droht hier vielleicht mal irgendwas spiele dame a4 wir sehen wir haben ja am damenflügel als schwarzer immer noch so viel druck ja auf den a-bauern entlang der vierten reihe der c bauer ist ja obwohl er noch auf dem brett ist natürlich auch rückständig und potenziell schlecht und schwach und wenn der läufer versucht sich irgendwie zu aktivieren ja g5 der nächsten bauern auf schwarz den läufer einschränken der muss zurück auf h3 ja ja den lassen wir aber schön stehen diesen schlechten läufer der muss hier wieder zurück und stellen unseren springer nach f7 und hier haben wir eine wunderbare konstellation wir haben alle bauern auf schwarz stehen aber wir haben ja gar keinen schwarz fälligen läufer mehr super der gegner hat den schwarz fälligen läufer noch und der hat massive probleme hier irgendwie eine aktivität zu finden während wir natürlich hier zum beispiel damen tauschen turm a3 hier verdoppeln können den a2 ins auge nehmen können mit springer b6 springer c4 und 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 ja alle figuren spielen mit aber der weiße läufer auf e3 eben sehr sehr eingeschränkt und das ist die strategie dann das sind die zwei beispiele für heute an denen wir uns so als faustregel einfach mal ganz kurz und knapp damit das gut ins gedeknet einbrennt hat der gegner einen läufer wir nicht stellen wir die bauern auf die farbe des gegners des gegnerschen läufers ganz kurz noch wer mehr solcher strategischen sachen mal wissen will lernen will erfahren will wie auch immer da haben wir die möglichkeit am samstags stream ich immer um 12 uhr da machen wir eine strategie session anderthalb stunden etwa mit verschiedensten themen von felderfarbe bessere leichtfigur und 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 wir reden über die stellung tauschen uns aus ideen austauschen warum wieso weshalb irgendwas gut oder schlecht ist für die eine oder andere seite also wer der interesse hat einfach mal samstags 12 uhr mittags gerne vorbeischauen hier auf youtube in dem sinne sind wir schon mal durch für heute ich sag besten dank und bis zum nächsten mal und wer noch mehr zu diesem thema wissen will der schaut sich gerne links dieses video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem kanal um vielen dank fürs reinschauen und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal